Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Parfum Plans vs. Zombies 2, Level 13, der moderne Welt. Oh yeah, wie gut, ich lebe dieses Level. Bing, 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 bing. So, wunderbar. Hui. Wir werden schon mal verbessern. Jo. Äh, Kombo, 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 ist sicher keine Kombo. Fängt hier schon wieder gut an, ich blinde Fisch. Bum, 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 bum. Ba-a-a-a-a-a-a-a. Da-a-la-da-a-da-da-da-da-a. Ich habe ja schon eine Pflanze weggefressen. geht ja mal gar nicht hier geht mal gar nicht so das amnisschen wird gefressen das amnisschen so we doing effect doing effect for the win wunderbar so ka bing ka bing ka bing ka bing wunderbar power up sonnen wunderbar die fressen sich da unten aber ganz schön durch ich bin viel zu langsam für dieses spiel hier wunderbar wunderbar und ich wiederhole mir schon wieder aber ist mir egal ach komm schon leute zomys gibt mir meine pause ja wenn ich die kaputte pflanzen ersetzen kann bitte dada 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 und da so Fress ein Nüsschen. Ich komm, hab ich die Pflanze ersetzt. Ich schau die nächste weg. Und meine Stimme kackt ab. Ist aber was Neues, ne? Wunderbar. Wunderbar, Leute. Wunderbar. Ich hätte Dünger-Effekt drauf machen können. Ich blimpfisch. Blindfisch, blindfisch. Ich bin aber auch ein Blindfisch. So. Konzentration. Wunderbar, wunderbar. Ich seh keiner. Kombinationen mehr. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ernsthaft? Och. Der Zeitungstück ist schon down. Okay. Gleich wird leben. Strömungstück. Ah. Ah. Krrrr Krrrr Nuuuuu Verpranen, verpranen The Zombies So Nuuuuu Wunderbar, komm schon. Wie viele noch? Acht zwölf, geht ja schnell. Hab ja gesagt, das geht jetzt schnell. Wir gewinnen einen Weltenschlüssel, bezwingen der brandneue Gagatour am Tag 16 der Moderne Welt. Okay, nächstes Level. Im heutigen Part mach ich leider nur 2 Level statt 4, weil ich es zeitlich ansonsten nicht hinbekomme, es heute noch hochzuladen. Vielleicht mach ich auch 3, aber nur vielleicht. Je nachdem, wie lang dieses Level jetzt hier dauert. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, alle auf die falschen Lanes. Der ging aber schnell down. Der ging aber wirklich schnell down. Boom, boom. Rein theoretisch war das jetzt total Fail. Rein theoretisch. Wenn ich nämlich so mache. Noch mehr Fehler. Ach du liebes bisschen. Werdet klein. Ich habe es auf die falsche Länge gesetzt, ne? Ich komme mit den neuen Pflanzen noch nicht klar. Lass mir. Schnell. Ach, Mino. Ja. Vergifte. Schon wieder die falsche Pflanze. Passiert. Passiert aber auch nur mehr. Njuuuuu, war doch klein. Achjaaaaa. So, kannst du mal dran knabbern, ne? Und wegstabonieren, na los, die dauernd, so. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Und jetzt kommt es gleich, werden es dann doch vier. Ja, euch kann ich nämlich nicht leiden. Ihr könnt da ruhig hier zur Seite rutschen. So. Wunderbar. Nicht wunderbar. Ah, stirbt. Stirbt also, stirbt. Sterben sollt ihr. Ach, ein Gargantua. Kann der Gargantua vergiftet werden? Das wäre jetzt ziemlich gut zu wissen. Ne? Ach, Frau Schwulen. Kann ich mal scha... Ich mach jetzt einfach den Gargantua klein. Puh. Ich kann den nicht eingiften. Können die noch kleiner werden? Natürlich nicht. Ihr stirbt. Oh Gott. Ach, soll der Rasenmäher drüber gehen? Soll der Rasenmäher drüber gehen? Ja, das war keine so gute Idee gewesen. Hm. Ach, Yolo. Ich kann den echt nicht eingiften. Puh. Puh. Egal. Geschenk. Nehme ich gerne an. Ich seh's schon kaum. Der Park kommt erst um 21 Uhr online. Oh, weil ich die Aufnahme-App neu installieren musste. Okay, das Kostüm mag ich. Nächstes Level. Okay, das wird doch das letzte Level für dieses, das letzte Level für diesen Part. Weil ich seh schon kaum, dass ich hier total fehl'n werde. Ich werde hier definitiv total fehl'n. Hm. Hm. So viel steht schon mal fest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bum, 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 bum. Ich hab's eigentlich total falsch gesetzt, aber mir rein theoretisch jetzt egal. Du kannst hier gerne in die Miene treten, damit hätte ich kein Problem. So, mache ich jetzt so eine Reihe, YOLO. Wunderbar, wunderbierchen. Gut, dann mache ich jetzt mal so eine Reihe, und weg mit euch. Da habe ich schon mal Dünger, Dünger schadet nie, man weiß nämlich nie. Wann Sachen ready werden müssen, ne? Ach, ihr das Mäne sind also in Ruhe. Ihr das Mäne sind doch nicht in Ruhe. Ich sterben. Boah, natürlich nicht. Ach Leute. Habe ich gerade irgendwo mein Dünger eingesetzt? Habe ich das gerade? Oh nö Leute. Ach gut, ich habe ja noch Power-Ups. Haha. Haben noch kostenlose Power-Ups. So, muss ich jetzt leider so machen. Kaboom. Kaboom. Verbrenne. Oh, die letzte Welle. Was war die letzte Welle? Oh, gut. War doch nicht so schlimm. Ich sehe es jetzt kommen. 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 Nur das riskiere ich jetzt nicht mehr. Ich sehe es jetzt mal. Der Tako. Der Tako. Seh noch Penny mein Tako. Nein, benutze die. Vorsicht, meine Sensoren melden eine hohe Fallwahrscheinlichkeit. Aber ungrosch, Mumpfen, Tako. Ach komm, nächstes Lernstück. Also, dann haben wir die Hälfte der Welt schon durch. Ihr Narren, ihr seid in meine geradezu unverschämt offensichtliche Falle getappt. Mein Herr vor Gigantoas wird euch in die Vergessenheit prügeln. Und dann bekomme ich meinen Taco. Überlebe einen gewaltigen Angriff in der Moderne, überlebe und erreise mir ja so wie es üblich in der Gigantoas Level ist. Bitte sag jetzt nicht, hier kommen nur Gigantoas. Es kommen nur Gigantoas. Wie soll man das bitte schon schaffen? Wie soll man das bitte schon schaffen? Wie bitte? Wie bitte soll man das schaffen? Wie? Wie? Wie viele Wassermelonen bekomme ich denn hier, bitte schön. Ka-bing! Wie? 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 Ui, Gargantor schon da unn! Ta-bum! Nett! Butch! Und Flutsch! Und Butch! So! Bing! Es gibt die Symmetrie! Es lebt die Symmetrie! Menno! Oh Gott! Leute! Leute! Die Kantors gehen irgendwie schnell down! Du hast das Gefühl, die gehen schnell down! Stopp! 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 So! Oh ja! Ja, 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 ja! So! Läuft doch auch! Patsch! Und Patsch! Und Patsch! Und Patsch! Und Patsch! Ach ja! Leute! Das Level ist total easy! Und dabei mit so viel Gargantors! Nö! Ach! Scheiß auf! Symmetrie! Gargantors müssen down werden! Down werden! Down kommen! Und Nö! Hätte ich meine Karotte mal aufgehoben, ne? Die letzte Welle! Die letzte Welle! Die letzte Welle! Batsch! 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 Und nur noch zwei Gargantors! Und dann hab ichs geschafft! Entfrieren! Gut. Yay, noch ein Gargantur. Das war irgendwie leicht. Riesige Gurgel-Gargantur. Erfolg freigeschattet. Also ich muss sagen, dieses Level war jetzt wirklich einfach. Dabei bin ich Schlimmeres gewohnt. Viel Schlimmeres. Wer bist du denn? Schattenlupfer. Schattenlupfer sind Schattenpflanzen, die explosive Knospen die Reihe herunterlupfen. Okay. Dann werden wir wohl im nächsten Part einer neuen Pflanze begegnen. Ich bin gespannt. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Plans vs. Zombies 2. It's about time. Babe. Bill, 印 nectar Pro緊ieur.